Hallo, hallo, mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch die Frage beantworten, warum ich so wenig an mich selbst denke. Diesen Kommentar bekomme ich so oft und immer wieder, aber ich beantworte ihn auch immer wieder gerne. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man Mama von neun Kindern ist, dass man diesen Egoismus, den man oft als eigenständige Persönlichkeit hat und auch manchmal haben muss, ad acta legen sollte. Und ich bin auch der Ansicht, dass das auch der Fall sein sollte, wenn die Kinder schon alle erwachsen sind. Vielleicht ist das so ein bisschen orientalischer, meine Ansichten und vielleicht ist es auch nicht ganz richtig und vielleicht mache ich mich selbst damit auch ein Stück weit kaputt. Aber trotzdem ist es meine Lebenseinstellung. Ich bin halt glücklich, wenn mein Gegenüber glücklich ist und ich stelle meine eigenen Bedürfnisse und meine eigenen Wünsche immer, ja, also wirklich fast immer in meinem Leben hinten an und frage erst mal und passe mich den anderen Wünschen der anderen Menschen an oder den Gegebenheiten, in denen ich mich befinde, an. Ich frage eigentlich kaum, aber wieso, da habe ich jetzt gar keine Lust zu, kann das nicht jemand anders machen oder können wir das nicht so machen, wie ich das gerne möchte? Also Frage, was sollen wir kochen? Ja, also dann würde ich ja nie sagen, was mein Lieblingsgericht wäre, nie im Leben, sondern ich würde erst mal sagen, was möchtet ihr denn gerne essen? Was ist denn so euer Wunsch und was hättet ihr euch denn so vorgestellt? Und dann fragen sie immer, nee Mama, sag doch, was willst du denn essen? Es geht ja um dich. Nee, habe ich gesagt, ich bin glücklich, wenn ich das essen kann, was ihr, was ihr gerne esst. Wenn ihr glücklich seid, dann bin ich glücklich und das geht wirklich immer hin und her. Ja, und ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen, was ich gerne möchte. Das ist aber auch nicht irgendwie eine Schwäche, sondern das habe ich mir halt in der Erziehung meiner neuen Kinder einfach so angewöhnt, ja, dass man sich selbst oft zurückstellen muss, weil das gar nicht anders möglich ist, wenn du so viele Kinder hast. Und um dann glücklich sein zu können, trotz deiner fehlenden Erfüllbarkeit der Wünsche, musst du irgendwann das Ganze auch als Glück ansehen, eben zufrieden zu sein, wenn du einfach nur erleben kannst, wie dein Gegenüber glücklich ist. Und das Gleiche mache ich auch im Umgang mit meinem Mann, das Gleiche mache ich im Umgang mit fremden Leuten. Ich bin immer, stelle mich selbst immer hinten an, ja, und das können so viele Menschen überhaupt nicht. Und gerade in der heutigen Gesellschaft erlebe ich es immer wieder, dass oft, oder das ist, ich würde fast sagen, fast immer, der eigene Wille und das eigene, was man selber gerne möchte, so in den Vordergrund gestellt wird und überhaupt nicht darauf geachtet wird, was der andere gerne möchte und auch gar nicht auf die Idee gekommen wird, dass der andere vielleicht etwas völlig anderes als geglückend und als schön empfindet als man selber, dass ich da manchmal geschockt drüber bin, dass du überhaupt nicht gut finden kannst. Ich denke, es wäre für uns alle viel gesünder, unegoistisch zu sein und auch mal den anderen einfach sein Glück ausleben lassen zu können und damit zufrieden zu sein. Es ist doch schön zu beobachten, wie jemand anders sich einfach nur freut. Aber das habe ich in meinem Leben halt so oft machen müssen und habe es in meinen Charakter einfach so stark auch eingebaut, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, selbst an mich zu denken oder selbst Dinge zu tun, die mir, die für mich gut sind oder die, die ich gerne möchte. Ja, wenn ihr mich jetzt fragt, was würdest du denn gern, gern machen? Was, was ist denn das, was du, was du gerne hast oder was du gerne möchtest? Ich kann dir weder ein Lieblingsgericht nennen, was ich gerne esse, noch kann ich dir irgendetwas nennen, was mich jetzt besonders glücklich machen würde, sondern das Einzige, wo ich vielleicht sage, okay, das ist etwas, was ich einfach brauche, ist mal Zeit auch für mich und auch ein bisschen mehr Zeit für mich. Also mich eben nicht um andere immer kümmern zu müssen, sondern einfach mal nichts zu tun in Form von, dass mein Kopf wieder arbeiten kann. Ich kann ja gar nichts nichts tun. Ich mache ja immer irgendwas, aber tatsächlich dann für diesen gewissen Zeitraum auch mal nichts tun zu müssen, was jemand anderen oder etwas jemand anders zufrieden stellt. Ja, wenn ich mir etwas wünschen könnte oder etwas sagen müsste, was ich brauche, dann ist es das. Ich kann tatsächlich nicht 24 Stunden immer mit anderen Menschen zusammen sein. Ich kann 24 Stunden immer für andere etwas tun, aber ich muss für mich alleine Zeit haben, ja. Ich brauche jeden Tag möglichst so drei, vier Stunden völlig für mich alleine, ja. Also wirklich ohne, dass jemand kommt und dabei ist. Tür zu und bitte mich dann in Ruhe lassen. Egal, ich kann ja dann nicht irgendwas, nichts tun, sondern ich mache dann ja auch wieder Brainstorming, ich plane irgendwas. Im Moment ist da ja YouTube ganz groß, meine Arbeit, die ich dann sozusagen erledige. Aber ich brauche eine kreative Wiese, auf der ich mich frei entfalten kann und die darf mich dann auch nicht, da darf ich dann auch nicht gestört werden. Ja, wie so ein Schaf auf der Blumenwiese. Das musst du da dann bitte eingezäunt alleine lassen. Aber darfst mich da nicht, da darf niemand rein jetzt in diesem Moment, ja. Das ist etwas, was ich tatsächlich brauche. Und das wird auch immer schlimmer, je älter ich werde. Also je älter ich werde, desto mehr Zeit brauche ich für mich. Und wenn ich die nicht bekomme, dann, das geht ja nicht immer, logisch. Und wenn ich sie mal über mehrere Monate, und das war in den letzten Jahren oft der Fall, dann gehe ich wie so eine Blume, wie so eine Rose, die so schön erstrahlt ist. Die geht einfach, die zerblüht, die verblüht, die trocknet ein und dann ist sie einfach nicht mehr schön, ja. Und dann gehe ich kaputt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich brauche meine Zeit für mich. Und das ist sehr wichtig. Und das ist etwas, was ich mir tatsächlich dann auch für mich an Egoismus gönne. Ja, aber alles andere, die Auslebung von Wünschen oder mein eigenes Ego in den Vordergrund zu stellen, würde mir nie einfallen. Ja, auch, auch das, das, das legst du ab, wenn du Mama wirst. Ich habe das jedenfalls getan, weil ich es als, als unabdinglich finde. Ja, viele Mamas sagen ja auch, sie müssen ihre eigenen Freizeit haben. Sie sind selber noch Mensch und sie müssen sich Freiraum gönnen, damit sie selbst dann auch wieder stark sein können. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin einfach stark mit meinen Kindern, mit der Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringen kann und bin glücklich eben, wenn meine Kinder bei mir sind. Und ich brauche keine Freizeit von meinen Kindern. Und ich brauche mich nicht erholen von den Kindern. Ich brauche einfach nur, ich muss als Mama einfach funktionieren. So lange, bis sie mich nicht mehr als Mama brauchen. Und dann kann ich sagen, ich kann mir jetzt auch mal Freizeit nehmen, so wie ich das jetzt im Moment kann. Ja, früher habe ich das versucht, meine Zeit ein bisschen, diese Me-Time, die ich für mich als lebensnotwendig betrachte, zu schaffen, indem ich meine Kinder immer früh ins Bett gebracht habe. Sie mussten alle um sieben Uhr ins Bett. Das gab mehrere Vorteile, natürlich auch, dass sie dann ausgeschlafen in die Schule gehen konnten. Aber es hat auch den Vorteil gehabt, dass eben um sieben Uhr, dass ich dann alleine war, ja, oder mein Mann, der war ja aber auch oft nicht da, weil er selbstständig ist und viel gearbeitet hat. So, dass ich dann mal zumindest eine Stunde, ja, Tür zu, alle Kinder liegen im Bett, eine Stunde Ruhe, bis das nächste wieder geschrien hat oder ich wieder stillen musste oder mich dann auch irgendwann zu den Kindern gelegt habe, weil die andauernd aufgewacht sind, dass das dann wieder vorbei war. Aber so dieses Freischaufeln von Zeit habe ich mir damals, als es eben, als die Kinder klein waren und das ja nicht möglich ist, dann geschaffen, indem ich mit den Kindern im gleichen Raum sozusagen oder in der gleichen Wohnung eine Stunde irgendwo im Wohnzimmer gesessen habe, aber immer in Alarmbereitschaft natürlich, wenn es geweint hat oder so. Das war ja auch nicht immer möglich. Aber wenn man dann sagt, man braucht immer einen Moment für sich, dann eben auch nur dann, wenn es möglich ist, ja, wenn die Kinder dir die Zeit dafür geben, ansonsten käme ich nie auf die Idee, die Kinder zur Oma zu geben oder die Kinder zur Freundin zu geben oder mal jemanden babysitten zu lassen oder so. Wirklich nur im absoluten Notfall, da ich eh keinen Kontakt zu meiner Familie hatte und auch keine Freundinnen hatte, die auf Kinder hätten aufpassen können, war ich gezwungen, auf meine Kinder immer aufzupassen. Und wenn ich irgendwo hin musste, wo die Kinder nicht mitgehen konnten, musste mein Mann sich freinehmen, musste er auf die Kinder dann aufpassen. Ansonsten war das gar nicht anders möglich. Ja, wir haben unsere Kinder tatsächlich, mein Mann und ich, ohne jegliche familiäre Hilfe großgezogen, wirklich. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir stolz sein können drauf. Ich glaube, ich meine, auf meine Kinder hat nie jemand aufgepasst, niemals, niemals hat jemand Fremdes oder Freundin oder Verwandte oder Oma, Tante, Mutter, wer auch immer, auf meine Kinder aufgepasst. Das war in der Türkei eine Ausnahmesituation, als ich in der Nähe von Çorum gelebt habe. Da haben die Kinder, hat meine Schwiegermutter manchmal aufgepasst oder meine Schwiegerin, weil ich auf den Bazar gehen musste, um einen zu kaufen. Das konnte ich ja meine Schwiegerin nicht machen lassen. Oder wenn ich mal tatsächlich einen Besuch machen musste, weil jemand krank war oder zu einer Hochzeit gehen musste. Es gibt ja bestimmte Dinge, die man dann auch mal machen muss in der Türkei, wenn du in der Gesellschaft lebst, dann hat tatsächlich meine Schwiegermutter mal aufgepasst oder meine Schwiegerin. Aber das habe ich immer mit sehr schlechtem Gewissen gemacht und wirklich sehr ungerne. Wenn es irgendwie ging, habe ich meine große Tochter aufpassen lassen, die ja immer schon viel älter war als ihre kleineren Geschwister. Und da ist sie Profi drin. Ich habe meiner sechsjährigen, siebenjährigen, achtjährigen Tochter viel mehr. Meine Kinder hatte ich ein viel besseres Gefühl, wenn sie dabei war und mit auf die Kinder aufgepasst hat, als jemand, der nicht zu meinen eigenen Kindern gehört hat. Auch wenn es jemand anders war, der Familie meines Mannes. Ich habe immer versucht, meine große Tochter dabei zu halten, damit sie aufpasst und nur der Große, der Erwachsene dann greifbar in der Nähe ist. Aber das war schon, das ist, glaube ich, etwas, was mich geprägt hat und was ich nicht loslassen kann. Und diese Charaktereigenschaft ist mir zu eigen geworden. Ich bin ein sehr genügsamer Mensch und das Einzige, was ich brauche, ist eben meine Umgebung, mein Zuhause, wo ich mich sicher fühlen kann und wo ich es auch schön habe. Selbst wenn es noch ganz klein ist und ganz doof ist, aber es muss schon auch, ich versuche selbst aus den schlimmsten Möbeln und ältesten Möbeln etwas fürs Auge Schönes zu machen. Das fordert auch meine Fantasie heraus und mache ich gerne und dann ist alles andere nicht mehr so wichtig. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ihr mich alle auch mal allein lassen müsst. Ich brauche Zeit für mich, das ist unheimlich wichtig und da kann ich mich erholen. Und da kann dann das Schaf auf der Wiese wieder grasen, um neue Fantasien entwickeln zu können. Weil ich bin unheimlich kreativ und bin unheimlich fantasiebegabt. Und das kann ich nur ausleben, kann ich nur entwickeln, wenn ich alleine bin, wenn ich meine Ruhe habe. Es gibt ja Menschen, die das gerne in der Umgebung mit anderen Leuten machen können, aber ich kann das gar nicht. Ich brauche einfach meine Ruhe dazu und wenn ich das nicht machen kann, wenn ich so wie in so einem, dann fühlt sich mein Gehirn so wie in so einem Gefängnis. So als würde sie das Gehirn so zusammenquetschen und ich komme nicht dazu, diese Fantasie und diese Wünsche und diese neuen Pläne, die ich habe, auszudenken. Und dann drehe ich durch. Das ist ganz schlimm. Aber das ist etwas, was man vielleicht nochmal so ansprechen könnte. Aber ansonsten bin ich relativ wunschfrei. Also ich kann mich gut anpassen. Ich kann mich auch an sehr wenig gut anpassen. Und da habe ich auch gar kein Problem mit. Hauptsache den anderen geht es gut. Hauptsache die anderen haben es bequem. Ich weiß noch, dass ich mal bei der Hochzeit meiner Tochter, also mal so als kleines Beispiel, ja, dass ich da, da waren ja unheimlich viele Gäste bei uns in Schorom und keiner hatte Platz. Überall waren Leute, die geschlafen haben in unserer Wohnung und ich hatte nicht mal mehr Kissen, ja, weil alles war besetzt. Und dann habe ich mir so ein Brett genommen und dann habe ich ein Kissen mir aus so einem Brett gemacht, weil es war nicht mal so richtig so ein Platz zum Liegen. Ich habe auf der Erde geschlafen, habe da so ein, habe ganz kleine, also wirklich nur so, weiß ich nicht, 40 Zentimeter war da nur noch Platz. Und dann habe ich da so ein, ja, irgendwie eine Klamotte auf die Erde gelegt und mir mit einem Brett und mit einem Kleid oder was oder einem Pullover hier mir in den Nacken gesteckt, damit ich so ein bisschen ein Kissen hatte. Und dann habe ich daneben geschlafen. Neben mir war meine Tochter und meine andere Tochter daneben war mein Mann und meine beiden Jungs. Die waren dann auch noch da in einer Reihe, die vielleicht nicht mal anderthalb Meter breit war. Wir hatten wirklich überhaupt gar keinen Platz. Alles war voll. Und da haben wir dann geschlafen. Und nur mal so ein kleines Beispiel. Macht mir, ist natürlich ungemütlich. Ja, am nächsten Tag tat dir alles weh, aber es hat mir nichts ausgemacht. Wirklich nicht. Ich war froh, dass alle ein Kissen hatten, dass alle eine Decke hatten, dass jeder einigermaßen von den ganzen Gästen, von den ganzen Hochzeitsleuten, die dann waren, schlafen konnten. Und das war mir total unwirklich. Mein Mann und meine Kinder, die da neben mir lagen auch, dass sie eine Decke hatten, ein Kissen hatten. Natürlich haben sie gesagt, Mama, nimm. Und nein, will ich nicht. Aber nein, ich bitte nicht. Nein, nimm. Ich will nicht. Ich mache das. Ich schlafe so. Das ist etwas, wo jemand anders dann sagen würde, hä? Nimm doch. Der ist doch jung. Der kann doch alleine. Und das ist nicht schlimm. Der kann doch dann. Nein, für mich wäre das das Schlimmste. Dann hätte ich die ganze Nacht nicht schlafen können, wenn mein Kind oder mein Mann da auf so einem Ding liegt. Also das wäre für mich unmöglich gewesen. Das kann ich nicht. Ich bin glücklich, zufrieden und froh, wenn es den anderen gut geht. Und mir selbst ist es nicht so wichtig. Wisst ihr, was ich meine? Und das zielt sich durch alles durch in meinem täglichen Leben. Das ist nicht gut immer. Und manchmal bin ich dann auch traurig. Das muss ich euch auch ehrlich sagen, wenn ich merke, dass ich so viel für andere Menschen ja eigentlich tue. Denn ich bin mir ja schon bewusst, was ich mache für andere. Das ist leider auch so ein Ding. Ich weiß, was ich tue und was ich mache. Und ich möchte aber auch, dass die anderen das wissen. Ja, es ist etwas, was ich mal ablegen muss, weil ich mache es ja nicht für die anderen, sondern ich mache es ja, um etwas Gutes zu tun und weil ich mich damit wohlfühle. Aber ich merke mir das, wenn ich anderen Menschen etwas Gutes tue und ich das nicht zurückbekomme, oder das nicht die genügende Aufmerksamkeit bekommt, die ich auf jeden Fall haben würde, wenn jemand das für mich tut. Dann gehe ich immer so aus, wie ich das mache. Also wie dankbar ich doch wäre, wenn das jemand für mich täte. Ich würde das niemals im Leben vergessen, wenn das jemand für mich tut. Wenn das da aber die anderen Personen nicht sehen und das als selbstverständlich erachten oder als völlig unwichtig sehen, weil es eben immer von mir so gemacht wird, dann bin ich enttäuscht. Und dann tut mir das weh und da muss ich noch dran arbeiten, weil ich leider da auch so einen Stift im Kopf habe und mir das merke und es nicht vergesse. Das ändert aber nichts daran, dass ich es immer wieder tue und immer wieder für die gleiche Person nochmal mache. Das ist zum Glück nicht bei mir, sondern ich mache es immer wieder gerne und ich mache es immer nochmal wieder. Aber ich kann es halt nicht vergessen. Das ist etwas, wo man noch dran arbeiten muss. Ja, mein Lieben, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe wieder ein bisschen zur Aufklärung weiterbetrieben, nein, ich habe es beigetragen, zur Aufklärung beigetragen. Würde mich jedenfalls freuen, wenn das der Fall ist. Vielleicht könnt ihr mich ein bisschen besser verstehen. Ich kann nicht anders. Ich kann auch nicht aus meiner Haut, weil wenn ich es versuchen würde, dann würde ich mich unheimlich egoistisch fühlen und würde mich überhaupt nicht mehr wohlfühlen in meiner Haut, weil ich es einfach zu meinem Charakter gemacht habe und das ist drin. Ja, das kriegt man mit 56 Jahren nicht mehr raus. Klar, ich denke ab und zu auch mal an mich. Das kann man auch ab und zu sehen, aber ich bin nie egoistisch und würde nie im Leben über Leichen gehen. Jedenfalls nicht absichtlich. Und das kann man, glaube ich, so sagen von mir. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.